und das ist ja auch die Erfung der Gewaltungen der sichern die und der Kuh der Dinger was sei das zuvor D.A. wie war noch ist heute mein Haus weiter und eine kleine Farbe also ne du brauchst nicht also ich fang hier zu meinen neuestes Haus an ich entwickelt ob es neues also wenn ihr das Glas ist ein Wort soll das zu wissen auch im Klasskopf das ist was das ist dann besteht auch bestimmt auch deine fensterscheiben aus glas dass du das normal warte mal kurz die folge muss kurz pausiert werden also hier ich baue noch mal kurz hier was ja was warum es muss das pausieren ich habe jetzt alles faken und so jetzt geht weiter ich musste kurz noch mal was mit meinem manager aber reden haha ja weil bestimmt ein paar das heißt also dann mache ich hier auch noch mal so und so habe ich hier gebaut ja das freue ich mich auch ich habe dass sie einmal zu einzeln machen 24 ich will es einfach nur vier blöcke oder so machen eine axel jetzt richtig geil kannst du mir eine axt verkaufen was das gibt es nur dafür einzeln das ist nicht so wie sagt man einen feuchten kehre ich das ok mache ich ist doch klar ich musste noch ausbauen also ja genau 4 muss das breit und fässer gehen wir zu was du spielst kein auto ich gucke es nur so 234 so dass ich meine kleine hütte dann brauche ich hier auch noch 12 ok was ist los ich weiß ich habe gar nichts das ist ein geräusch kommst mir das habe ich schon monstern das ist denn jetzt nicht ist nichts ich habe es überhaupt ich ist herzlich sein dass er so monstige kraft aber da ist nichts also so ein pickling was so okay dann platziere ich hier erst mal noch ein paar treppen für die optik natürlich ist das schon ein bisschen saß mein nächstes haus mein haus ist einfach aus holz was guck mal ja doch da ist einer ach die spawn direkt dazwischen ey wie cool die stehen einfach direkt wenn die hier sind ey das ist auch cool ich bin einfach krass das muss so ein geschehen okay selbst ist auch dein hosen aus ich habe ich kann machen ja danke für den hosen okay und wer war da denn auch der manager oder was ja mein manager oder was kann er auch mal ans mikrofon ja nehmann bitte nur für die folge so der will in was heißt sie heißt also dass du ihm einfach das mikrofon vermietest du dich echt so unhöflich der will das kript was der will sonst ja 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 so viele auch noch zu viele entdeckt sind so ja und dann hat er noch mehr kunden und so der will sich nur auf deinen kanal konzentrieren und ich noch genau der manager von erko rütze oder so sein immer diese fake kanäle zu mich erko rütze und so das irgend so ein faker von erko wohl ja habe ich mal gehört hat er dann ist auch so ein ganz großer faker ja ich glaube das ist ist das nicht wenn deine mutter oder so die hat doch auch ein youtube kanal ist man das ja das mache ich jetzt vollkommen ernst ja ach ja okay stimmt okay haben wir haben wie es auf der kamera ich zeig das morgen deine mutter die ich 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 muss kurz zu seiner farben unter farmen lass es nein das ist ein schwarz also es war es in der farme fahren da war endlich da war irgendwie sand drin ich habe das einfach gelootet was von dir so ja ich hab so viel level bekomme ich bin in die zwei level aufgestiegen gefühlt zwei ich bin schon 19 es ist schon sehr will ich bin 19 das hast du hoffentlich kommt jetzt kein wasser weil ich will es einmal nicht abbauen baum ab ja fechst du dann hast du dann geh raus dass man im haus ja wenn ich das schon fängt ich werde nicht mehr in deinem haus ich habe nicht mal mehr in deinem haus ach so habe ich dir schwenkt nein ich baue das haus bald ab hast du was wirklich raus ist ab denn das ist hässlich ich baue mir ein mini haus so ein tiny haus ich baue so richtig großes haus nein ich baue bald auch ein großes ich baue mir erst mal so eine farbenhütze wo ich meine farben so lagern kann und sowas also ich mache hier ein dach teilweise aus glas hier in ein paar zwischen außen und hier innen so aus und wie findest du mein haus siehst du mich gerade ne bist du hallo hallo ist denn da in die andere richtung welche andere richtung hallo was meinst du bist doch da was sollst du das ist jetzt richtig voll groß oder ok ja richtig groß was hast du hier kannst du das mal abbauen ja das ist das große haxt danke so noch ein das untere das ist das auch ok na danke ich behalten ja auch liefern ja ok das ist mir nicht das ist eigentlich eine spielkarte das ist die beste spielkarte dann baue ich hier auch noch vielleicht irgendwas so oh mein gott crepe digga was machst du du digga was bist du für nun digga warum sprengst du mich einfach das ist so lustig ne was darfst du ein tier von dir töten nein digga du springst einfach mein ganzes haus und willst du äh jetzt ihre töten was für spreng ich bin hier hinten jaja 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 das deswegen weiß ich schon warum ich nicht abonniert habe was ja was sagst du das gibt konsequenzen проверkнулung also was fragt um ich glaube ich widdeiday of nehmen ja das klar weil ja du bist natürlich wegen geld ja weil er hat mehr geld als ich so er hat es nicht so Story da zwölf parot traktion und so paraphrasierendes und sowas hast und sound war ja hast du nicht oder doch eine aufnahme klöpfe gespeichert ist jetzt dann ist den aufnahmen zu ende der geist also jetzt ist mir gleich fertig mit der zweiten also ich glaube ich habe so eine schon eine aufnahme das waren schon sehr viele clips hier gespeichert ich habe diese gehabt bei mir die Tiere ausgebrochen die Tiere sind einfach außer Rand und Baden jetzt wäre ich ein Tier bei dir dann also will ich auch ausbrechen Digger du bist doch auch ein Tier haha was das ich muss groß von nächstes damals komm schlafen Digger es ist nicht mal so was du doch klar aber jetzt ist langsam abends man kann nicht machen aber Monster werden schon gesponnt mein Haus ist schon komplett gesprengt hallo dieser eine der im Hintergrund das kann ja bitte rein ja das sind jkb gibt den bittmanns mikrofon nicht schlafen das jetzt schlafen das sind einfach nur paraphrasierende mittel welches mich richtig ist ein kippe ich will nicht dass mein haus gesprengt wird die geworben ist es war ja auch hier ist jetzt nicht mit geworfen der letzte faszinierende idee der leichte und der bisher abweilige oder was das bin ich irgendwo noch man bei dieser monster wurden getötet okay kommst du jetzt endlich digga ich musste kurz meinen monster empfangen ich hast du gleich webel auf das fertig kannst du mal die rohaufnahme beenden dann müsste ich ja die rohaufnahme beenden naja robin ich weiß nicht was es gibt nicht passt so wo ist die kuh nehmen eine andere kurs einfach abgezischt doch hier ist ja vielleicht habe ich ihn einfach jetzt zwei kühle werden sind unsere neuankemmlinge das ist schon ein stück das ist ein solcher der jahre ist es ist schon hexen und kriegungen kommt jetzt nicht verschlafen und so dass da hinten tut da weigere ich mich in der hinsicht er kommt jetzt zu kommen einfach nur ein stücker meister und so ist es noch mal schlafen die sind dann dies dort das weißt du dann kommt jetzt einfach nach wo man das ist die gespons ich muss mich auch mal an meine interesse die schlafen nein hat das heißt ich kann es sein haus die gleichwohl noch mal hinaus ich bin euch angezogen ja ich dachte ich schon muss der ist auf das gar nicht ich bin aus welchen zu lassen so klein ist höchsten tüten nein denn das ist ja immer der so an hätte es so von den tippen sind das töten ja er auch so hast du das hast du mal wieder Roblox die Kuh liegt nicht so aufhören das ist eine Idee der geht sie einfach hier im Tor kann ich kann nicht aus Kursen Papa 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 Leber auf Bild die Stiftung und sich in der Verein dann machen auch hier dran man geht aus Nassau ein paar Worte der Hälfte wegen der Toten in den Aufnahmen zu langen da ist das Haus geplatzt der ist bei mir geplatzt aufs Anerkennung das ist nicht mein Haus geplatzt das ist hier die ganze Zeit ist schon ein paar Hände das ist wirklich eine Gefahrsdauer mir auch ich schwöre und dennoch haben er kann es man muss es kaputt machen der Gäste und das ist der YouTube irgendwie Roblox 2 23 der Dresden ist das nicht die Zukunftsweizen um das war um an sich das ist ein übelst aufnehmen Ich flipp gleich aus. Ja, das freut ihr schon wieder. Okay. Ich würde sagen, ich fange jetzt die Tiere ein. Das war's mit der Folge. Lass gerne einen Like und ein Abo da. Und tschau.